Ey, diesen fatalen Fehler musst du unbedingt vermeiden. In Multiversus gibt es eine Reihe von komplizierten Charakteren, die neue Spieler maßlos überfordern können. Wenn du dann jeden Kampf verlierst, ist Frust vorprogrammiert. Deswegen hier für dich die 5 besten Einstiegscharaktere. Platz 5, die Fledermaus. Sofern du den Gameplan verstehst, kann nicht viel schief gehen. Das wichtigste Tool ist der überpowerte Boomerang zum Einleiten der Offensive. Wenn der sich wieder aufladen muss, kämpft man ein bisschen im Rauch. Platz 4, Jake. Oft wirst du nicht genau wissen, was du tust, aber es wird trotzdem funktionieren, solange du dem Ungabunga-Gesetz folgst. Schau später an meine Tutorial-Playlist, die dich blitzschnell zum Kampfspielprofi macht. Platz 3, Tess. Ist zwar ziemlich bekloppt, aber Rauchwolke und Tornado gut durchgemischt, bringen sogar fortgeschrittene Spieler an ihre Grenzen. Auf Dauer verlierst du damit aber zu viele Gehirnzellen. Platz 2, Finn. Abgesehen von seinem Quick-Shopping mit den Münzen, ist der Charakter wahnsinnig intuitiv. Zudem ist er flott unterwegs, mit kurzen Erholungsphasen und hat durchs Schwert verbesserte Hitboxen. Und der erste Platz geht an Shaggy. Obwohl er ein Meme ist, ist er gleichzeitig das, was man in vielen Fighting-Games einen Schoto nennt. Geschosse, Spezialkicks und Drachenhaken inklusive. Er ist ein starker Allrounder, der eigentlich keine wirklichen Schwächen besitzt. Gleichsam ist er fundamental, sodass du das Spiel in Grundzügen lernen kannst und dich weiterentwickelst. Der Ultra Instinct Charge ist zudem nützlich, um Gegner zur Aggressivität zu bewegen und weil du ansonsten verstärkte Specials erhältst. Welchen Charakter findest du am leichtesten?